In diesem Video geht es um die besten Bosch Akkusauger. Der Qualitätssieger in unserem Bosch Akkusaugertest geht an den Bosch Unlimited BBS 811. Sie möchten ihr gesamtes Haus reinigen, ohne wegen des Akkus Ladestandes unterbrechen zu müssen. Die meisten Geräte benötigen unterschiedliche Akkus, was sehr umständlich sein kann. Die austauschbaren Mehrgeräte-Akkus sind Teil des kabellosen 18-Volt-Bosch Home & Garden-Systems. Staubsaugen auf allen Ebenen vom Boden bis zur Decke ist jetzt problemlos möglich. Nur beste Saugergebnisse sind gut genug. Deshalb wurde der Unlimited nicht nur mit der neuesten bürstenlosen Motorentechnologie ausgestattet, die den Motor leistungsstark und emissionsfrei macht, dank der Allflor High Power Brush wird auch für eine gründliche Reinigung auf allen Bodenarten gesorgt. Die Raumluft enthält für gewöhnlich Feinstaub. Dank des Cartridge-Filtersystems wird die Ausblasluft dreimal gefiltert, sodass eine 99,9%ige Filtration der Luft stattfindet. Das Waschen des Filters ist ein zusätzlicher Aufwand. Dank Rotation Clean können Sie den Filter nun praktisch und hygienisch reinigen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bosch BCH 6L 2560. Besonders gründliche Reinigungsergebnisse ob auf Teppich oder Parkett. Die innovative Düse Allflor High Power Brush ist für alle Bodenarten geeignet und macht einfach sauber. Mit der einzigartigen Sensor Backless Technology erhalten Sie dank sensorgesteuerter Performance-Kontrolle hohe Reinigungsleistung bei geringem Wartungsaufwand. Die von Bosch Power Tools und E-Bikes bekannte und bewährte Bosch Lithium-Ionen-Technologie steht für hohe Leistung und lange Lebensdauer der Akkus. Kabellos, mühelos und flexibel. Der Staubsauger mit extrem beweglichem Düsengelenk ist sehr wendig, sodass Sie bequem um und unter Möbelstücke saugen können. Da kein störendes Kabel im Weg ist, keine Anstrengung mehr beim Saugen. Mit nur 3 kg ist der Athlet ein echtes Leichtgewicht und dadurch extrem handlich. Schnelles und müheloses Reinigen der Bürstenrolle und des Schmutzcontainers. Beide können ganz einfach aus dem Staubsauger entnommen und gereinigt werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Bosch Akkusauger-Test ist der Bosch 18 V10L. Rotationsluftstromtechnologie verhindert Filterverstopfung für anhaltende, ununterbrochene Saugkraft. Leichte und kompakte Bauform für einfachen Transport und problemlose Aufbewahrung. Dank seines Designs ohne Staubsack und seiner zahlreichen Zubehöre inklusive eignet er sich ideal für verschiedene Nass- und Trockenanwendungen. Professional 18 Volt System. Ultimative Leistung. Maximale Freiheit. Alle Akkus sind mit neuen und existierenden Bosch Professional Werkzeugen der gleichen Spannungsklasse kompatibel. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. ... Bis zum nächsten Mal.